Oh, hier ist Flachs. Hopps. Hopp, hopp, hopp. Achja, 321, willkommen zurück bei Medieval Engineers. Aktuell sind wir mal wieder am Sammeln. Ich werde jetzt mal ein paar Seile herstellen. Beziehungsweise ich will nicht, ich muss. Ansonsten komme ich mit meinem Forschungstisch nicht weiter. Oh, oh, oh. Mein letztes ist super. Bedeutet dann wohl, dass ich nochmal Bern und... Oh, 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 Flachs. F. F. Bern und so ein Zeug sammeln müsste. Das ist wahrscheinlich ohnehin jetzt mache. Erstmal mal den letzten September. So, hier ist nichts, da ist nichts. Oder ein paar Pilze. F. Ich wusste noch mal 100 bis 5 Buddy. Ich wusste noch mal 90 bis 15 Tage. Wow, wir haben mit Hasen. Der Luft. Der Luft border. Alles, es glaubte natürlich noch mal oder wo geketze. Mais Oi, ich kann mich nicht daran hinzufinden. Ich pissiere dich nicht richtig. So. Musik 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 Ich habe gerade so eine riesige Runde gelaufen. Da drüben ist die Burg, na gut, so, F, F für Flax, nicht F für Respekt. F für Flax. Tampalam. 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 ... und ... Balken ... Warte ... F ... ... einbalken. Gut, dann ... ... wollen wir füllen. Ganz scheins. Ich springe nicht weg. Na gut ... Oh ... ... sobald wir kennen ... ... aber wir machen erst mal schnell was zu essen. Das ging uns ja ... ... auch schon wieder aus. Äh ... da ... da ... ... das weg ... ... Pilze runter ... ... Rutzeln runter ... ... Gefahrtnisfleisch ... ... nein ... ... Pilze ... ... ... ... Bist dessessel. ... F- ... ... Ta-ta-ta Wo machen wir noch einen rein? So. Wie ging es jetzt weiter? So. Und zack, und Teilteile, und Umwurfbalken, und Fogbel, hopp. Hm, hm, hm. Ein Spinnrad. So. F Flax. Ich möchte Haufen, Haufen, Haufen. So. Normales Seil. Und reißbare Seil. Fünfzehn. Gut, warte mal, das reicht doch schon für eine Sache. Ich weiß noch nicht mehr, für welche Ausflugmechanik war es doch, oder? Fünfzehn. Fünfzehn. Oh, Eisenwagen. Das ist schlecht. Wie sieht es hier aus? Uh, sieht ja noch schlimmer. Eisen. Hm. Gott, Gott, Gott. Weichstöcke lassen wir mal drin, drinne, und eigentlich Balken auch. So. Können wir noch eine Holzschaufel machen. So. Töck. F. F. Algen. Das. Herde. Gott. Was haben wir hier? Weizen. Ah, ja, ja, ja. Los, Erz. Wo bist du? Oh. 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 Töck. Die Stelle war schzeiße. Töck. 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 Wie weiß die Stelle war denn auch schützt. Das steht mir? Meist es mich. Nein. Hat die Stelle war scheiße. Soh-no. Komm. Das ist ein Moment, ja. Hm. Das sieht jetzt nicht so überwältigend erzeug aus. Ah, Mist. Moment, da oben. Das scheint auch in einer anderen Farbe. Das ist ein Moment. 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 Das ist Sagen wir mal kurz schauen, 1, 2, 3, ja, das soll ein Stückchen reichen. Hau, schaut dann eh wieder Flachs. Hau, schaut dann. Hau, schaut dann. Hau, schaut dann. Das soll eins. Pam, 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 pam. So, F. So, alles. Zu Bachen. Ja, aus. Hopp. Was haben wir noch? Ahlalalalalala. Zehn Bachen hätten wir. Zehn Balken könnten wir machen. Nicht dein Axt. Wobei, die brauchen wir da mal jetzt noch. Ähm, F. Äh, da, da. Gute. Schnell in den Wald. So, eins. Oh. Machen wir das noch und dann folgen. Ende. I, wir wollen Balken. So. F. F. Das war's nicht. Das. Seil. Eins, zwei. Äh, und ne Axt. Traften. Was neues wissen wir ja dann. Mechanik. Gut. Dann. Bleibt nur noch. Oh. Fortgeschrittener Mechanik. Gut. Das machen wir dann alles ein andermal. Ich sag. Tschüss. Und. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Hopp. Vielleicht bauen wir dann auch mal wieder. in unserem kleinen Häuschen weiter. Ähm. Ein paar Teile haben wir ja jetzt schon dazu bekommen. Blöcke. Äh, da, da. Naja, egal. Ich sag. Tschüss. Und Ciao. Bye, bye.